Wir haben schon ein Video aus unserem Minecraft abgekackt und wir haben schon eine geheime Vermutung, dass Notch eine Invasion geplant hat, da... Eine Invasion? Was redest du eigentlich für kackt? Ja Minecraft, nettes Daumen, wir können nicht mehr mit dem bezahlten Launcher drauf, weil wir uns nicht mehr einloggen können und jetzt kackt alle, sagen wir, 5 Minuten der Launch, der Free Launcher, hab keine Ahnung, wahrscheinlich hängt es auch an unseren... Diese Bäume sind irgendwie gruselig, so groß und hässlich. Und so nicht buschelig. Das sind übrigens Eichen. Ja. Wen interessiert das. So. Mich! Deutsche Eichen. Aus Schweden. So. Du bist ja lustig. Ich weiß. Komm, lass uns mit ner Höhle anfangen. Wir brauchen Steine. Höhle! Ich will gucken, ob sich die Sonne bewegt. Na klar, bewegt sie sich. Was redest du? Ja, wird gleich untergehen. Ey, ein Pilz! Ich hab den Pilz. Ich hab den Pilz. Warum mir? Geh mal jetzt in weiter. Doch, so hast du den Pilz. Ja, ich hab den Pilz, ich weiß es. Ich bin nicht blöd. Ich bin nicht blöd. Ich bin nicht blöd. Doch. Ich hoffe mal. Wir haben nicht irgendeinen anderen Bildschirm gerade aufgenommen. Das hat nämlich gerade so ausgesehen. Fließendes Wasser. So, mal gucken. Noch mehr Pilze. Noch mehr Pilze. Noch mehr Pilze. Mal gucken, ob man irgendwie mit Bohnen hier das wirklich... Ja, davon muss auch erstmal die Nacht kommen. So. Oh, muss da besser. Achso. Wegen dem. So, wir müssen jetzt erstmal irgendwo zu Stein kommen. Nicht springen. Und das sind Hölzer. Nein. Wölfe. Wir haben aber keine Knochen. Oh. Wie schade. Und schon wieder. Zuckerrohre. Sonst grab dich einfach runter. Überall ist Stein. Stimmt. Was willst du eigentlich mit Stein... Nein. Da. Nicht unbedingt. Das wäre doof. So viele Zuckerrohre, ey. Ehrlich. Wird total über... Notch der Übertreiber. Wie craftet man sich eigentlich... Klar schreiben. Ach, ich hab schon eine Vermutung. Ja, irgendwie so nach oben. Ausglas. Ja. Und Wölfe sind ja auch irgendwie so häufig geworden. Nein, sie sind nicht. Die waren schon immer so... Muck, muck, muck. Muck, muck. Und es gibt zwei neue Mobs. Ja, aber wir haben sie noch nicht gesehen und wir warten erstmal darauf, bis wir sie sehen. Ja, bisher noch nicht. Also in diesem... Oh, es geht dunkel. Äh, äh. Was willst du? Sand abbauen. Warum willst du Sand abbauen? Doch, ja. Stein. Hä, ist das vielleicht ein Eingang? Ey, das ist ja cool. Wo läuft das Wasser hin? Oh, wir haben keine Fackeln. Scheiße. Aber wir haben... Doch klar, wir können uns Fackeln machen. Hier, wir haben ne... Da waren wir. Wir haben ein Skelett. Nein, da ist ein Skelett. Fuck. Ah, ich hab Angst. Wo ist das Skelett? Oh, oh, da ist es. Oh, oh, da ist es. Komm doch, du Skelett. Wir haben keine Angst vor dir. Nein. Auf der YouTube-Aufnahme wird es so unglaublich dunkel sein. Oh, scheiße. Es wird so richtig dunkel. Oh, das sieht so episch dunkel aus. Episch. Es ist nicht episch! Warum spielen wir auch nur auf Art? Was? Oh, oh, wir verhungern. Scheiße. Nachher werden jetzt die Wölfe... Da ist ein Creeper. Und ne Spinne. Spinne, Spinne. Spinne, Spinne, Spinne. Nein. Oh, fuck. Wir sterben jetzt noch. Es geht gar nicht. Nein. Sie ist über dich geklettert. Fuck ey. Die Experience Points. Du hast sie dich eingesammelt. Ist doch scheiße egal. Wir brauchen jetzt... Schneid ein ganz kleines Haus. Und dann haben wir nur zwei Wolle. Die sind so schlecht. Und stört's. Ähm. Ja. Das ist echt Raumarchitektur der aller... Ah, cool. Wir kriegen... Nein. Lass das. Lass das. Wir kriegen Lichter durch. Das ist gut. Und es kann kein Monster angreifen. Und wir können alles durchsehen. Ja, und jetzt baue die Workbench da. Nein. Ach, was machst du denn? Ich guck da durch. Ja. Und jetzt kann kein Monster angreifen. Du ziehst uns dann ein Skelett rein. Oh. Er will... Nein. Bitte nicht. Nein. Gibt es so ein Enderman? Tu uns nichts. Tu uns nichts. Oh, hier ist es so dunkel. Nein, es ist überhaupt nicht dunkel. Nein, aber es... Es ist heller geworden. Ja. Ich habe das Gefühl, Michael ist heller geworden. Warte, Markus. Lass mal gucken, ob es eine Helligkeit anzei... Ähm. Nein, Alter. Gibt es? Du hast doch scheißegal, bis es gibt. Ich habe jetzt einfach nur Angst, dass wir sterben. Unsere Anzeigen muss ich erstmal aufladen. Und wir verhungern. Ja, toll. Kann ich noch essen? Nein, warte mal. Wir haben kein Essen mehr. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass sich die Anzeige nur auflädt, wenn man volles Hungry-Dings bunt. Stimmt. Also volle... Scheiße. Wir müssen was für Essen finden. Da vorne ist ein Hühnchen. Oder? Ist wirklich eine Hell, oder? Nein. Da vorne ist ein Hühnchen. Wenn wir das Hühnchen kriegen können... Ja. Ja. Wir müssen noch ein Essen haben. Aber da vorne ist ein Creeper und... Was ist da eigentlich? Scheißegal. Oh! Die experimentieren. Das ist mir ganz wichtig. Ja. Weil die es bringen. Die bringen es wohl. Am Ratz, da sind die Drachen los. Insider. Nein, komm. Jetzt kill die Hühnchen. So schnell wie ihr noch... Fuck! Scheiße! Fuck! Fuck! Fick dich du! Ah! Ah! Ich werde jetzt bestimmt von YouTube rezensiert, weil... Rezensiert, Mann! Scheiß Skelett! Wir wollten doch nur etwas Leben haben. Ah! Ah! Wo sind wir jetzt bitteschön? Am Sporn! Es ist dunkel! Es ist dunkel! Lass doch Endermans suchen! Wir haben eh keine Items! Oh! Scheiße! Ein Spider-Jockey! Ah! Ein Spider-Jockey! Und ein Creeper! Ehrlich gesagt habe ich vor dem Creeper jetzt ein bisschen mehr Angst als vor dem... Nein! Ich habe vor dem... Warte! Vielleicht können wir es schaffen, dass der Creeper den Spider... Hey! Wir sterben! Hockey! Creeper! Ach! Machen wir uns eine kleine Kurve! Äh! In Sand! Äh! Stimmt! Oh Mann! Und wir sind schon wieder tot! Scheiße! Wir haben einen Spider-Jockey gesehen! Das ist geil! Ich habe noch nie einen Spider-Jockey gesehen! Nein! Nein! Mann! Bist du schlecht! Äh! Du hast Batman auch noch nie einen gesehen! Ich habe schon sehr oft einen gesehen! Ja klar! Die spawnen ja auch so häufig! Äh! Ich habe echt einen schon gesehen! Ja ja! Ich wette Notch hat die Spawn-Häufigkeit erhöht! Oh! Weil das wäre einfach so jetzt einen... Super! Ehrlich! Das heißt nicht einfach so? Ja! Hallo! Wir sind hier VIP und du nicht! Ehrlich! Boah! Zwei! Das ist jetzt unfair! Hallo! Stellt euch an! Stellt euch an! Hallo! Ihr dürft nicht auf einmal! Nicht auf einmal! Nein! Kick den Creeper weg! Nein! Ey! Ihr dürft das nicht! Ey! Das ist voll unfair! Habt ihr noch nie was vom Fairness gehört? Ha! Perfekt! Noch nie was vom Fairness gehört? Also wirklich! So! Yes! Und... Oh! Zuckerrohr! Und ein paar... Oh! Die Zombies! Ey! Ist das da vorne NPC? Doch nicht! Leckmilch! So! Ja! NPCs mit grünen Köpfen! Und zerrissenen Körperteilen! So! Genau! Ganz lustige! Scheiße! Weißt du der... Im Wald hab ich... Im Wald hab ich Angst! Kann es sein, dass in der Wüste die meisten äh... Äh... Monsters spawnen? Ist das nicht irgendwie Farland? Nein! Wüste ist Wüste! Farlander sehen anders aus! Ich weiß gar nicht, ob Noshi überhaupt reingenommen hat! Vielleicht spawnen ähm... Dingsbums nur... Also... Hier, du weißt schon was ich meine! Diese kleinen schwarzen... Diese schwarzen hässlichen... Laufenden... Chicken! Töte es! Ja! Stirb! Kill the Chicken! Renn doch nicht weg, du kleines Ding! Wir brauchen dich! Ähm... Warum kann ich... Ach, ich war... Wäre cool, wenn es einen Mod geben würde, wo man Chicken spielt! Da ist es! Nicht das! Renn mal von den NPCs weg! Hey! Zwei! Zwei Hühnchen auf einen! Schnack! Boah! Jetzt wollen die mich beide... Töten! Sie wollen mich beide... Töten! Sie wollen mich beide... Sie wollen mich beide... Oh, die sind zu schnell! Die provozieren mich! So! Gut! Na haben sie sie! Sehr gut! Und Spider! Ui! Oh mein Gott! Oh! Erstmal warten bis die Hangbie Anzeige... So, jetzt essen wir einen... Nein! Ich möchte lieber gegen eine Spinne kämpfen als... Boah man! Jetzt muss ich wieder abhauen! Das heißt theoretisch kann Essen doch die 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 die... Herzen heilen! Nicht sprinten! Doch, klar! Ich hau gerade vor einer Spinne ab! Guck mal! Ab einem bestimmten... Na doch! Das Herz... Heilt die Herz... Äh! Heilt! Heilt die Herzen! Nur langsamer! Ich mach uns jetzt ne kleine Grube! Das ist immer das unklügste, äh, unklügste, was man machen kann. Warum? Wenn da was reinfällt. Komm, wir bauen uns ein Nothaus. Yeah. Ein notgeiles Nothaus. Wenn einer von euch weiß, was man mit einer Enderperle machen kann, dann... Schreibt es in die Kommentare, ihr Loser. Genau das. Ja, ich bin voll dafür, dass wir jetzt kurz einmal die Nacht etwas ansprinden. Ist ja sozusagen das gleiche wie, ähm, wie, äh... Das ist cheaten und du sagst, ich würde cheaten. Nein, das ist doch sowas ähnliches wie Betten, dass wir es uns noch nicht gecraftet haben und dass wir keinen Bock haben. Nein, das ist scheiße. Ja, okay. Dann sind wir hier unten und warten. Wir warten. Du hast doch selbst gesagt, das wäre scheiße. Okay, dann ist es scheiße. Ja. Dann sterbe ich lieber noch ein paar Mal. Weil ich habe keinen Bock hier in der Hütte hier einfach so herumzulangern und unsere Zuschauer zu langweilen. Dann müssen sie doch... Komm, ich schiebe. Hallo, ich mag dich. Ich mag dich, Creeper. Nein, ich explodiere. Die Explosionen sind neu. Also die Animationen der Explosionen, die sind neu. Und die sind cool. I love you. Also nicht dich, ich meinte jetzt den Creeper. Ähm... Evel Chicken. Evel Chicken. Es ist Evel Chicken. So, Minecraft ist wieder abgekackt. Und jetzt hat Eike die Kontrolle und er kommentiert auch. Wie kratzig ist... Oh nein. Ha. Scheiße. Ulk. Wir fallen... Ja, die Nacht wird wieder. Jetzt können wir vielleicht endlich etwas cooleres machen. Nein! Oh, fuck. Musst du kappen. Ins Wasser, ins Wasser. Der Creeper. Guck ihn dir an. Er will mich erschrecken. Er sabbert. Oh mein Gott. Er will mich noch jemand erschrecken. Ja, ertrink. Einfach erbärmlich. Nein. Ich tauche unter, damit sie mich nicht sehen. Ja. So, du bist ein U-Bond. Du bist U-Eike. Mein Hühnchen. Verfolgt er mich eigentlich immer noch? Ja. Scheiße. Oh nein. Schwein. Wir haben einen Vorteil. Wir können sprinten. Der Creeper nicht. Jetzt holt er sich einen Düsenantrieb. Aha. Das war ein Critical Hit mit Sprint. Töte doch das Schwein. Das Schwein. Er will Schwein. Eddle Pick. Nein, wir schwimmen zum anderen Ufer. Epic Pick. Oh, wir haben sie abgehängt. Yes. Okay, wir suchen uns jetzt einen ganz, ganz neuen... Warte. Guckt ihr mal den Bonder an. Mhm. Ähm, Tee da. Und jetzt guck mal. Ja, der sieht ein bisschen... Ah, der ist abgeschnitten. Alter. Oh. Ha. Wahrscheinlich wegen dem See. Ja, ich denke mal wegen dem See. Guck mal, der ist auch nur ein Tief. Das ist bestimmt... Das muss alles noch... Also, die Vegetation ist noch ein bisschen komisch. Ey, guck mal, das hat eine neue Textur. Ach. Oder? Ja, ist es. Ja, klar. Die Partikel sehen jetzt auch viel besser aus. Es ist jetzt nicht mal das Äußere, sondern das Innere. Oder? Doch. Irre ich mich? Nein. Also, doch. Vor allem, wenn man sprintet und in den Third Possum ist, dann sieht das geil aus. Halt die Fresse. So. Ähm. Warte, war das ein Seed? Egal. So. Ähm. So, es ist wieder Tag und wir haben die erste Nacht nicht überstanden. Dafür war sie nicht lustig. Sie war echt nicht lustig. Sogar ziemlich mies. Wir haben einen Spider-Jockey gesehen. Und das war scheiße. Wurden bestimmt 50 Mal getötet. Wir wollen nicht lieb... Äh, sich verlieb... Wir wollen nicht ein Skelett sehen, das sich in eine Spinne verliebt hat. Okay, okay. Alles klar? Gell? Gell? Das Deutsche okay. Gell? Jawohl. Gelle. Gell? Gelle. Stilsbasti, gell? Stilsbasti, was hast du gesagt? Jut. Jut. Ja, das bayerische Gut ist Jut. Oder? Keine Ahnung. Nein. Gellert. Aha. Was willst du damit? Es einsammeln. Sonst schweben da überall solche hässlichen Dinger rum. Wir hauen eh irgendwo zu einer guten Landschaft hin. Also... Komm, lass uns in den Fahrländern, wenn's die gibt. Äh, was ich glaube... Ich hol noch ein bisschen mehr Holz, ne? Wir grappen jetzt erstmal so viel Holz. Ja, wir wollen diese Nacht etwas schöner machen. Und wir brauchen sehr viel Wolle. Drei Wolle, nämlich. Wir haben die zwei verloren. Wir müssen gleich auf die Suche nach... Ähm. Äh. Äh. What?